Alter, lass mich in Ruhe! Wir sind auf Welle 26. Ja, aber das ist schon sehr lange. Jaaa... Das ist übrigens Rekord im LP, oder? Jaaa, in der Tat. Lauf, 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 lauf! Wenn's da... Alter! Wo kommt ihr her? So, jetzt aber langsam. Das sieht wirklich blitzig. Ich hab nur ein paar Granaten vorgebracht. Warte! Warte! Da kommt noch mehr... Dropcrawler... Ey, du findest ja als Lieblingskön, solang wir was noch zu laufen gehen. Nöööööööööööööööö. Da kommt noch mehr... Oh... blöd. Ha, er lebt noch! Das ist der letzte, du nimmst auf die Crawler, du brauchst. Das ist der letzte. Das hoffe ich doch, ich hab grad, vom Fenster noch einen erschossen. Die haben's tatsächlich geschafft, einen übelnzulassen. Ich würde gerne, erstens... da ist da die Rolle dass dort wer hat die Rolle gebetet hat so ein Idiot er wollte sich mit Telefonnummern da ist das der Stärbein sich nicht das nicht so wie Strom das wusste ich nicht und es gibt auch kein Drop mehr ja kein Drop kein Drop am Tieren Ah! Gibt's Loch! Nuke! Ah! Sack du Nuke! Ein Dämpfdruckverlagt in dir! Wo ist die behinderte Kiste? Die behinderte Kiste ist behindert an der behindertsten Position überhaupt? Ah ok! Ja dann bin ich jetzt gleich! Hallo Kiste! Hallo behinderte Kiste an der behinderten Position! Ich habe auch eine MV2 und Stütze! Nein das ist keine MV2 und Stütze! Ich komme später wieder! Ich chill sie gerade alle weg! Spring runter! Ich aktiviere die Stromfalle sobald du durch bist! Komm! Ich muss an die Kiste! Nein! Ich werde die Stromfall trotzdem aktivieren! Ok nein! Ich werde die Stromfalle trotzdem aktivieren! Rette mich! Rette mich damit ich dich opfern kann! Ich habe den Ray! Wer ist denn schon ab? Keine Angst! Ah! Ah Lebe! Ah Spring! Ich geschafft! Verstaunliche Leute! Ich schon! Max Ammo! Komm du! Komm hinter die Stromfalle! Lauf! 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 Andere Richtung! Ja! Zu viele! Zu viele! Oh nein! Max Ammo ist bergraut verschwunden! So! Durch die Stromfalle! Schaffe ich schon mit Juggern! Halt! Oh jetzt aktivieren! So jetzt haben wir da! Ah! Ah! Oh ich vermisse den Perk wie ich die Flopper so dermaßen! Ah! Ah! Ich bin im Lock! Ah! Es ist zu... Es ist zu schrecklich! Ah! 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 Ich bin im Lock! Ah! Ah! Falsches Lock! Ah! Wer ist unfassbar! Ah! Der war so falsch! Es ist alles gewalt! Der war so falsch! So! Äh! Ich brauche gleich... Das Lock! Kommt auch in den Lock! Oh! Warte knapp! Der war so falsch! Der war so falsch! Der war so falsch! So! Äh! Ja ich brauche gleich... Ich glaube das eine Waffe will ja... Äffchen in Action! Ah! Ich will zehn! Ich will zehn! Ich hab's nicht gesehen! Das ist auch nicht so, wenn jetzt es explodiert! Wenn alle sterben, dann es explodiert! Sei frei Äffchen! Oh! Dein Ammo wäre cooler! Seht ihr noch das Äffchen? Das ist jetzt uncool! Achtung Äffchen! Wann stehst du neben dem Äffchen? Ja! Wie ist das denn? Ich hab ne lustige Idee! Nötigliche Äffchenverwendung! Ich hätte das Äffchen aufgerufen, wenn jemand dauernd wäre! Puh! Puh! Sieht lustig aus! Darf darauf zu schießen! Ich gern für die Kirche kriegst du hier! Aber es sieht cool aus, denn jetzt ist ein Kiss! Lois, so wie ich seid! Wenn ich alle beschmeißen mit Colchkugeln! Ich mach doch lieber Granaten mit mir! Warte, warte! Ich hab Instagram gereicht! Ich hab keine Ahnung, wo der Fabi Granaten hat! Ich hab keine Ahnung, wo der Fabi Granaten hat! Ich bin mit deinem Colch! Was soll das denn dein Colch eigentlich? Auf D wahrscheinlich! Ach so ein bisschen neuges Problem! Mausrad drücken! Mit meinem Colch werde ich es jetzt alle... Mit keiner Schuld der Taste der Maus wahrscheinlich! Drück einfach alles! Der ist besser! Ich kann einfach jede Taste einmachen! Ja! Ich muss nicht ihn doch kennen! Ah! Oh, da regeln die zum Glück mit Granaten wieder! Oh! Oh Gott! Es wird ne längere Aufnahme noch wahrscheinlich! Ja! So wie ich's euch ja gesagt hab, dass wir hier viel länger überleben als sonst wo! Wenn auf jeden Fall einige folgen! Ja, aber auf mich hört ja jemand jemand! Mindestens! Zwei! Ja! Definitiv! Max Amore ist noch praktisch! Geh weg! Ich muss in dem Spiel Handgranaten! Ah! Geh weg! Zombie-Hunde! Ich hab kein Chagga-Naut mehr! Es ist zu schrecklich! Ich hab keine Money mehr! Ich hab kein Chagga-Naut mehr! Ich glaub so lange dauert's dann doch nicht mehr! Ich hab nur noch Ray! Zur Not kannst du ja Granaten kaufen und immer wieder werfen! Ja, das tut mir doch schon die ganze Zeit! Ich weiß eh schon die ganze Zeit mit der Ray! Was hast du eigentlich für Probleme? Ja, weil man endlich zu der ist! Aua! Aua! Oh ja! Ja, aber... Ja, aber... Man hat die Nate nicht auf uns gelassen! Schlimm! Einer von uns ist hier nutzlos eigentlich! Einer hier ist nutzlos! Findet heraus wer! Ey! Granaten sind sinnvoll! Die wir jetzt echt die Weiß-Nauten würden! Wuhuu! Wir haben auch fast keine Ray-Booten mehr! Ja, aber das ist uncool! Ich hab noch recht viel Mut hier eigentlich! Ich hab noch einmal gezielten 4 Schuss! Ich hab noch meine Sniper! Aber ich hab sie immer noch nicht abgestrahlt! Ich hab sie immer noch nicht abgestrahlt! Ich hab sie gerade gesprungen! Nein! Damit hab ich nichts zu tun! Doch, hast du! Nein! Lüge! Und das ist eventuell unser Todes-Utal gewesen! Vermutlich! Ich hab noch 4 Schuss! Da kommt nicht wenigst noch mehr so äh Folgen und nichts passiert! Wo wir in den Hirn stehen! Nein! Das kannst du doch nicht zuschaltig dazu! Dass hier 3 Folgen kommen, wo wir in den Hirn stehen! Nein! Oh, hallo Zombie! Nein! Wir werden überrannt! Ich soll dich zum Arsch freuen! Lebe! Weil ich jetzt noch was sagen! Weil ja, als genützlich bin! Rätest du mich, oder? Tätisch können wir uns daumen gehen lassen, um dann wieder Rayfood zu haben! Das war zumindest die Taktik! Das ist erbärmlich! Das funktioniert! Erbärmlich! Erbärmlich! Egal, ich neig mich, du! Hilfe! Zurück damit! Ja! Ich bin jetzt noch mit dem Hirn! Ja! Ich- ich wirf's ihnen einfach an den Kopf! Aaaaah! Aua! Aua! Ich lebe nicht mehr, ich kann schießen! Oh, ich seh nichts mehr! Ich hab mich mit den Granaten selbst verab... Ihr könnt wieder schießen, Jungs! Ich hab ein Erray! Ich lebe mich wieder! Ich erette den falschen! Nein, die Hunde ist aus! Ich erette euch alle! Ich erette euch alle! Ich erette euch alle! Ich hab 12.000 Punkte! Hier ist es einfach. Du teleportierst dich? Nein. Ich kaufe mir wenigstens einen Perk, den ich mich erreichen kann. Okay, ich geh wieder runter. Ich hab nen Perk. Was ist der folgende? Ich versuch die auf mich zu lenken. Ich tu grad den Colt upgraden. Ich hab hier ein Problem. Der ist geupgradet, ehrlich gesagt. Ah, teleportier mich, rette mich! Ich hab mich grad telefoniert. Ja? Hallo? Ich hab dich alle umgebracht mit dem Teleportieren. Komm schon! Oh man, jetzt hätt ein Random Drop den Nuke sein müssen. Nein, 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 nein! Gut sagen, jeder für sich. Jeder für sich, ich brauch Hilfe, ich will meine Regen upgrade. Ich glaub, Juggernaut. Ja, ich benennte. Kauf dir die Minen, Kauf dir die Minen! Juggernaut. Kauf es dir beides! Ah, Leute! Au! Double Tap! Ich hab wieder den Grab! Ich hab schon wieder drei Perks! Ich hab überhaupt nichts! Die Stromverlärmte mir dann bitte. Jetzt muss ich weiter. Oh, ich bin immer noch Upgrade gekommen. Kauf durch Speed Cola! Ja, wie der? Nicht Speed Cola! Quick Rewide wenigstens! Ja, jetzt hab ich schon. Mann, wieder runter. Hier oben wird. Was ist grad? Hab hier grad nicht gehört? Ich hab grad nicht gehört? Ich hab grad nicht die Stimme gehört. Ich hab grad nicht die Stimme gehört. Ich hab grad nicht die Stimme gehört. Das kann sein. Das heißt immerhin der demonic announcer. Und... Letzter Stopper auf den... Speed Cola sag ich schon. Ich hab die Speed Cola genannt. Hey, Bomben! Ich hol's hier! Ich hol's hier! Was? Wohohohoho! Noch ne Nuke! Lass sie das! Ja, warte kurz! Die holst du bitte kurz bevor sie verschwindet. Ich kann nicht mal den Effekt. Versuch meine Ray-Up zu graden. Loil! Teleportieren! Ja bitte! Hallo! Hallo Matze! Ich hab alle umgebracht! Portus X2! X2! X2 Ray Gun! X7! Warte, 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 warte! Oh! Also, da liegt der Hunde eigentlich! Jede Stromverlässung, wenn ich mir vorbeikomme einfach! Die einzig funktionierende Taktik! Ich führ's das hier draußen, oder? Ich denke schon. Auf Chugga! Ich brauch' einmal die Fiste hin. Der Hund Wave geht's eigentlich. Oder ist das doch der Hund? Nein, das ist keine Hunde Wave! Nein! Ich will keine komische Kackwaffe, die nicht mal töten kann! So, runter hier! Ich will nur Speed Cola! Ich hab' sich schaffst du Speed Cola? Ich brauch' auch Speed Cola! Okay! Komm, wir gehen mit dem, wir gehen gemeinsam! Ich kann's mich leisten! Ah! Sieh, das beklemmt! Ich bin schon! Ah! Ich hab' jetzt wieder alle Pöks! Wir will nur Speed Cola! Ah! Schmerzen! Hilfe, Leute! Ich bin da! Nein! Jetzt hab' ich mich selber gekillt! Self-Kill! Ich brauch' Jugger Knock! Ich brauch' Money! Irgendwann ist das beste MFD, wer gleich keine Money mehr hat! Alter, ich kann jetzt! Und ich zu hochkomme, weil da Zombies mit Weg und Weg und Weg... Ah! Ich mach' gar nicht Strom, weil ich aktiviere nicht jetzt. Ah! Ins Loch! Ah! Ganz tief ins Loch! Ganz tief ins Loch! Ganz tief ins Loch! Ganz tief! Ganz tief! Ganz tief! Alter! 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 Einzige noch sinnvolle Waffe. Also von denen, die noch leben. Von denen, die noch geäbt haben. Du warst down. Nein, der Kleine war down. Achso, ein unwichtiger Tenner. Deshalb hab ich ihn geprogged, dass ich dich treffen kann, damit ich ihn wieder will. Ich hab gedacht, du bist down. Nein. Okay. Ich versuch's, ich hab aber kaum mehr Muni. Ich hab jetzt noch 4 Schuss Raygun. Und hier? Ja, ich hab gar nichts mehr. Alter. Ich will revivieren, schiefen weiter. Nein, doch nicht revivieren. Kann ich nicht mehr. Jetzt. So viel zu. Die Taktik ist lame. Sie funktioniert. Ich könnte es noch Kanaden werden. Eigentlich wollte ich dann was tun. So. So. Jetzt kann ich mich aber. Mach, 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 mach. Mach, 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 mach. Mach, 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 mach. Achso. Hey, der Sprengt jetzt auf den Raum. Herrlich. Oh, ich würde fast nie Muni mehr. Ja, dann kannst du dich sehr bald wie mir. GANATEN FÜR ALLE Nein, Granaten, die auf Zübrigen mehr Schaden hat Du nifst nur, ich nur Granaten Das ist das Schlimmste, es funktioniert Oh, nicht auf Dauer, nicht auf Dauer, nicht auf Dauer Ne, das ist nicht auf Dauer Nein! Aber ich hab' Muni, ich hab' mich nicht gefrägt Bitte sagen mir nicht, dass du dauernd bist Nö, 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 noch nicht Ich nehm' dir und re-wife dich gerade, bin ich so wie sich das andere Anteil ansteigt Oh, elegant Ich hab' auch noch mitgeholfen, ich bin jetzt zurückgekommen Danke, danke, danke Jetzt hab' ich wieder keine Perks mehr, kacke Ich hab' Perks, aber keine Muni Aber ich hab' Granaten Und die nutz' ich auch Und ich wirf's ihm ab Die Waffe hat jetzt eine Muni Nein! Wie, ich bin down Lol, da WTF Du riefst durch ihn Und ich wirf weiter Granaten auf den Raum Na, diese Folge ist zurück, was mit Explosiven gibt Bouncing Batsi Ah, Tobi neben mir Habe ich genäufe Hahahaha Ich hab' neue Granaten Sind diegelnagel neu Gerade Frisch vom Schwarzmack geholt Und jetzt hab' ich Philipp seine aufgehoben, verdammt Egal Ich komm' überall weg AAAAAAAAAAAAAAA NEEIN NEIN Warte, 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 noch warte, noch warte. Es ist egal, ich arrive, einfach mein ich nicht erreicht! Für die Revive-Statistik! Meine Hand ist eingeschlafen, verdammt! AAAAAAAA Ich helf dir! Ich helf dir, Zineb! Oh, okay, Rund28! Meie Hand! Ich spür meine Hand nicht mehr! ja 900 ich hab mehr kills als du ich hasse dich so sehr du hast auch einen down mehr wie ich komischerweise ich hab auch einen revive mehr als du gut, dann haben wir das vielen 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 dank fürs zusehen ach ich hab krampf krampf aaaah im arm aaaah ja sagst du im arm ist aaaah dieses gestöhne wird nicht geschnitten das bleibt natürlich drinnen aaaah es geht wieder, es ist jetzt spannend aaaah bist du jetzt gekommen oder? ich hab, aaaah ja er ist gekommen er war im falschen Loch er ist im falschen Loch gekommen aaaah leute also das war wohl die anstrengendste und schmerzverzehendste offener Mission bisher als nächstes weiter mit Call of Duty Black Ops 1 Zombies das ist richtig und zwar sehen wir uns auf der Map auf der Map Kino der Toten und das war auch da gehen wir eine Runde ins Kino ja da gehen wir eine Runde ins Kino und das war auch das Ziel wo sich der Doktor Edward Richthofen hin teleportiert hat mit seinen... also er wollte eigentlich nur ins Kino gehen? ja dann wollte er Scary Movie 5 anschauen ach ne Kino der Toten ist das Kino der Toten mit den großen Nazi-Flaggen aaaah okay also danke fürs Zusehen hoffe euch hat Spaß gemacht uns war es also bei uns war es definitiv äh sehr anstrengend muss ich sagen aus dem schlicht und ergreifenden Grund vor allem der Schluss vor allem der Schluss natürlich aus dem schlicht und ergreifenden Grund weil wir auch zum ersten Mal allgemein sein in einem Raum gesessen sind und auch zweierlei Gäste die sich immer sehr schön brav war stumm verhalten haben hallo Dreieckman hallo Andreas Sitz ist wieder so dreckig g absolutely taithoulü taou Ihr blöden Wichser Aaaaaaah!